ja mit euren doppel dorans er was für doppel dorans ich komme jetzt dann gut da waren ads das sind ad ads mit clarity let's get this party started ich bin intelligent ich bin der erste der weg ist der erste der rein ist er ist der rein und der erste der raus ist so muss das funktionieren spitzel mit dem kog die gilt ap kogma tötet ihn eben nicht er hat ja nicht mal ap ruhen drin ja man kann kogma nicht mehr auf ap spielen weil die ulti viel zu viel mana kostet ja das die ulti kostet viel zu viel mana jetzt ich kann sie trotzdem noch ap kog trotzdem useless heiß ist das krit kogma ist das dispo des jahres kriege ich die soraka allein der reis ist schlecht er hat nicht meine träne er hat das gleiche gekauft wie ich net get this party started jetzt eine reis e und dann sind wir alle tot vorsicht und auch vor den s zu treffen ist klar ad ads äh any fail rice ap soraka ap rise ap gangplank kürzl alter alter es hat mir zu viel dämpel rausgehauen das ist ein bisschen viel stark war ja gut stark hollopäe Ah, passt schon. Magierresistenz, dann ist das eh gewonnen. Wie, wer hat gewonnen? Ich, wenn ich mir AP-resistenz, äh, ja, Magierresistenz kaufe. Ja, Höllenzepter, FTV. Jetzt blocken mich auch noch, äh. Ich block Level 6. Ich auch. Oh, dat Cage. Oh, ich hab Ulti. Ich hab Enya erwischt. Ich auch. Ich hab die Sovaka gekillt. Geh mehr drauf, ich hab Ulti. Go. Nein. Flash statt Flash. Ja, da piss dich, ey, Penner. Na, wer tankt? Der hat nur gekonnt. Ich kann mir sowas erlauben. Ja, du hast genug Life. Oh, we're in trouble. Oh, we're in trouble. You! Hahaha. Super. Ohohoh Drei Dorads auf Ezreal, okay Das ist echt dämlich Boah, das ist so fies, die rauchen danach Da ist jemand tot, wie ich das gesehen Annie ist auch nur zum sterben da, oder? Haha, ja die eigentlich schon Oh, weg da Oh, komm ey Stirbchen, Atzo, stirb Und die Isoraka Was alle gegen mich haben Standen das? Ich? Alter Hör auf, ins Mikrofilter raus Hey, der Typ kriegt da nen Orgasmus, ey Okay Du ekel Wir müssen uns die Scheiße anhören Meiner Dampft nicht Meiner Meiner Nie tun, aua Ah, er hat zu einem AD mit seinem Kuh macht schon Schaden Hallo Ich hab wieder Ulti Oh, die macht nen Bär Das war so klar N' Bär 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 ist schon Boah, wirklich? Ja Geil Die haben so knapp überlebt Er ist Ulti Er hat sie gesehen und er hat sich treffen lassen Ja, was soll ich denn machen, die stand scheiße Komm, komm, komm Scheiße Nein Ich wurde fast von Minions gekillt Ulti Double Kill Ich spiel jetzt AP AP, achso Ja AP, achso Ja Nee Ich wollte gerade AP wählen werden Oho Und Ja, du bist Aha Ich seh ein Toti Wukong Ich irgendwie nicht tot Ja 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 Nein, mein Pferd ist tot Oh, ja Bäh Oh, hast du ein Glück, ey Bei dir heißt es immer direkt Glück, Glück Ja, natürlich Von wegen des alles skill Was anderes hast du ja nicht Ich hab Skins Ich hab Skins Haha, super Ach, schade Oh, ja Give me a Relic Warum, wenn ich nicht immer zu scheiße gebiedelt, wenn ich es spiele Ich hab keine Ahnung, wenn ich ne Packer sind Ich hab keine Ahnung, wenn die ne Packer sind Haha Das ist doch so Das ist doch so Ach, wie wollte ich spielen nur rund Ach, wie wollte ich spielen nur rund Optisch Jetzt weiß ich, warum du gefehle bist du Das ist jetzt die ganze Zeit Ich mach nur Normals Ja, haha, genau Du holst dir doch Kills mit deiner Ulti Tja, verdient Guck schon wieder Voll angelockt Nur am stillen, der Kerl Das ist Kack-Vibe Aha Nein Ja, wieder Auf den Kegel gegafft hat Haha Ah, wenigstens eher als du Hab ich die Hab ich die Shinatsu gerettet Die Shinatsu Die Shinatsu Die Shinatsu vorne Warum hast du die nicht sterben lassen? Ach komm, warum Nimmt der kein Damage Haha Ich hätte gerne meine Ulti Jetzt hat sie wieder ein Tibbers ready Oh, der Dark regelt mal wieder hart Oh, fuck Ja, mein Kill, nein Ich kann mich von Tibbers killen lassen Da ist man auch stolz drauf Ja, genau, komm Komm, die anderen Die anderen hole ich mir auch noch Jetzt hab ich eine Ulti ready Warum lasst du eigentlich mein Pony sterben? Weil ich nicht aufpasst Weil ich bei euch zugucke und ich nur dumm rumstehe Schämlichnehme Er hat schon 68 Mal noch Er hat schon 68 mal mehr auf seiner Träne Du weißt es so gut. Nein, nicht die Shinatsu, nicht die Shinatsu. Das ist alles meins. Willst du mich flaxen? Holt er sich jetzt hier alle, oder was? Ja, Wupung holt hier auch noch eins. Du scheiß Pornograf. Ulti. Nicole. Nicole. Keinen Kill hier. Tatsing, guck mal, Erwicht. Komm her, du Hurensohn, du Gaylord, komm her. Du keckst chaotisch. Aber holt der denn hin, ey? Auch nicht. Ach stimmt, der soll jetzt nachher mal sterben. Schwuler Manga-Lappen. Komm her, komm her, Shinatsu. Ach, der hat sich noch geflasht extra zu dir, gell. Uh, eigentlich hat der Phage-Pock jetzt nicht funktioniert. Ich tank. Ich tank. Oh. Nehmt meh. Meins. Nein, nein. Ja. Ich sterbe nicht. Komm, komm, jetzt. Oh, wie sind die so schnell? Fail. Ach ja, schau, es ging gar nicht. Nein. Fail. Ah, was für ne Pussy mit seinem Drecks Moral-Anstieg. Ich seh'n toten Kork. Ich seh'n toten Kork. Und ne tote Ash. Diese Range von der Ash-Spiel ist so abartig. Da, ich schwere dich, die anbietig sind. Das wird nicht leid. Ich schwere mich, das wird keiner. Oh, mein Gott. Wie ist das? Ja, was ist das? Heißt... Oh, mein Gott. Hä, ha, ha, ha. Bestmann? Was hast du als Arun mitgenommen, Kork, dass du damit von keiner Bär hattest? Du bist so tot! Die Annie ist so ein Stealer! Das ist so ein Stealer! Das ist so ein Stealer! Kork! Das ist so ein Scherz, oder? Stealer! Alter! Ja weißt du, der nimmt sie in sich! Geh weg! Kill die beiden alleine! Oh! Ich seh's! Der hat die Ulti einfach mal 500 Damaged! Von wem? Gangplank! Alter, wer?! Das ist so ein Wichser! Aber richtig, ey! Die sind aber irgendwie schon leicht schlecht, oder? Leicht?! Der hat sich nicht mal ne Tränen... Der Reiss hat sich nicht mal ne Tränen am Anfang gekauft! Jetzt hat die gerade mal 200 Mana! Zwei Stealer! Wie long? Viel Spaß! Hahaha! Ihr stehen bleibt! Uuh! ULTI! Die Annie, die Annie will! Ja wartet erst mal auf mich! Wartet auf mich! Ne, GO GO GO! Wartet auf mich, ich will einen Pentakill! Genau! Ja! Ein Restsick für mich und dann den Pentacles. Ich stehe nach der Darm, dass ich dir... ...leider einen Strich, du verdammt. Okay. Nein! Gut gemacht! Ah, oh ja! Komm, er darf keinen bekommen. Nein! Ja, ich hab eh schon zwei Kildes. Inhibitor. Ich hab 6000 Gold noch über. Ich nicht. Wie lange braucht ihr noch? Äh, ne halbe Stunde. Ja! Okay. Nein, ernsthaft? Ja, also fertig. Okay. Boah, bin ich der Ein...